Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer Runde Counter-Strike Global Offensive mit dem Kevin Hallo Kevin Moin Und ja hier Wettkampf spielen ne also wenn ich CSGO spiele dann eh immer nur Wettkampf Weil anders finde ich lohnt sich das nicht bei mir Weil ich finde so normal spielen macht keinen Spaß Kacka Vielleicht muss ich das Spiel, wobei das Spiel werde ich wahrscheinlich so laut lassen Weil Steps Genau weil Steps und so hören wisst ihr Also man muss ja hier ganz gut, ganz gut hören können eigentlich Und deswegen Während den Runden ist es ja meistens eh still Bis auf halt, wenn halt die Schüsse fallen Wow dann Da bin ich wahrscheinlich eh ruhig oder so Also stört das nicht Passt das alles so weit Boah Ich versuche mich ja zur Zeit sehr doll im Snipen Weil ich das Snipen in CSGO ja mega fett finde Ah fuck Flashbang Ach dammit Schneipen ist nicht meine Stärke Noch nicht zumindest Upsa Ich frage mich wie die Runde wird Ich hoffe sie wird gut Ne Hoffen wir mal, hoffen wir mal Auf ein gutes Ergebnis Hi Zack Oh hi Sag ich bin im Gegnerspawn drin Das ist voll lustig Komm schon Ah Komm schon Okay, jetzt geht das richtige Spiel los und jetzt hoffen wir mal... Sorry. Pass schon. Ja, die Bombe hab ich, okay. Ja, wir machen natürlich only eco vorerst. Und für alle, die es interessiert, die das Video gerade schauen, das Ganze ist in 1080p und 60fps verfügbar. Wer will, der kann. So, wir machen scheinbar ein A... Ja, okay, wir gehen zu A, okay. A lang. A lang, ja. Ja, ich hab glaub ich den... Was? Achso, okay, er hat sich nur entschuldigt, glaub ich. Okay, ah, lange ernsthaft, ey. Okay, auf geht's. Okay, die ersten Schüsse, ich hab die Bombe, wenn ich vorgeh, wär kacke. LOL, Schaden bekommen, von was denn? Alter. Ah, fuck, Flashbang. Okay, mal gucken. Okay, ich geh planten, oder? Ja. Na, warte, da oben ist einer, glaub ich. Der wartet da. Egal. Plänte. Ich plante nicht. Ich plante jetzt. Was? Plänte doch. Alter, ich hab gedrückt gehalten. Ich sterbe. Scheiße. Oh, nur weil... Scheiß das Natur, Mann. Was soll denn das? Ey, ich hab eh gedrückt gehalten, ey. Mann. Kacke, ey. Okay, T. Okay, B. Was? Was sagt man dazu? Hm, so, er schreibt B, also mach mal B. Wie hat, äh... Ich kenn die Map, ich kenn, ich kenn die Map zwar, aber so, ja, so, die, so, wie, wie man's jetzt go spielt, da bin ich noch nicht ganz so gut drin, ne? Wie man grad gesehen hat, wahrscheinlich. Äh, B-Rush, oder, oder, oder? Jetzt die Frage. Ne, okay, sie ballern hart, okay. Krass. B-Rush wären eigentlich, naja, wobei doch, aber wie sich alle schon Waffen kaufen, ist doch eigentlich voll schlecht, weil, weil Eco und so. Weil kein Geld. M.P's kannst du kaufen. Ich hab ne Flashbang. Die war falsch, ich glaub, ich hab grad nen Teamkameraden geblendet, fuck. Okay, einen hab ich. Das ist besser als ich. Ja, chill. War, war luck. Ah, fuck. Das war jetzt dumm. Oh, alter. Ah, schade. Schade, den hätt ich sehr gern noch bekommen. Komm, schaffen wir's? Schaffen wir's? Ne, okay. Kacke. Nur nur sagen, kein Diffuser. All has been defused, counterterrorists win. Schade, ey, ich hätt mich gefreut, wenn ich den 1 Uhr mit da, Dings bekommen hätte. So, was sagt er jetzt? Wieder Bay or what? Äh, was kauf ich denn? Ach, kurz. Galil 2000, ja komm. Er hat echt welche geschrieben, geil. Galil, auf geht's. Wow, wer hat denn die geschmissen? Ich hier. Weshalb? War ein bisschen fail. Okay. Das hat er eigentlich vorzunehmen. Ach so. Boah, steht jetzt ein Sniper da, die hat chillen. Ne. Ah Gott, wenn ich das schon seh, Alter. Fuck. Ja, ist klar, Alter, im Sprung, ist logisch. Kacke, ey. Ja, Felsen ist eigentlich ne dumme Idee, ich weiß das selbst. Felsen, Felsen, da darf man nicht. Da hat man ne viel zu krasse Hitbox irgendwie. Wow, okay, wir haben jetzt drei Runden verloren, Alter, am Stück. Kacke. Wenn, noch ist nichts verloren, theoretisch, aber. Heute Nachmittag habe ich einen 13.9 aufgeholt mit meinem Team. Okay, nicht schlecht. Was ist die Errungenschaft erhalten? Long? Fragezeichen. Ja, lang ist doch kacke, ey. Weil jetzt warten da 100 pro die ganzen Schnippers. Okay, Dumbledore ist einer zu B gerannt. Ne, ist ja das G. Könnte durchaus... Was? Wo war der denn jetzt? Hat der uns beide mit einem Schuss gekillt? Ja. Lol. Heftig. Ich hab den Elfschaden nur noch Schub hinzugefügt. Die Nova ist krass, sogar auf Entfernung. Ich hab ihn abgesägt, da. Okay. Schaff da nicht. Komm, äh. Gut, wir verkacken. Ha, ha, ha. Scheiße. Scheiße. Das ist mein Tralala. Haha. Netter Name. Netter Name. Gib mir mal ne MP hier, ne. Ey, die P90 ist ganz gut eigentlich. Ah, die ist so teuer. Scheiße. Hätt ich vorher gucken. Ich hab gern irgendwie ein Messer-Skin. Ja, ich auch, Alter. Ich auch. Weg, hoch, Alter. Achso, wo lang gehen wir? B. Okay, B. Kurz. Ne, B haben sie geschrieben. Ja, dann geh ich hier oben mit ihr zu Kraters. Ja, mach das. Oh, B geht gar... Weißt du, die Bombe geht ganz alleine vor. Das darf nix sein, Mann. Außer, außer, außer die Bombe ist pro. Dann, dann, dann ja. Aber sonst, ey. Oh, gib mir hier die Waffe. Was ist denn das? Was? Tunnels? Da komm ich doch her. Auf was schießt du? Auf was schießt er? LOL, habt ihr euch gegenseitig? Boah, nein. Der hat noch 5 HP. Okay. Ja, gut. Also entweder... Komm, wir lassen sie explodieren. Oh. Alter, Tunnels ist einer. Tunnel. Was? Ach komm, Alter. Hätte doch meiner sein können. Schafft er das noch? Ja. Nein. Boah, Mann. Fuck. Okay, 5 Runden verloren. Hashtag läuft. Heilige Kacke. Die AK wäre so nicht schlecht, der Herr. Ich nicht wollen. Doch, ich wollen AK. Okay, wo langt B wieder? Eine geht short. Ja. Enteilt euch halt. Okay, Bombe geht auch short. Dann short. Okay, da war einer. Okay, der ist down. Ich guck kurz. Ich guck kurz. Ja, kurz. Kurz ist einer. Hab einen kurz. Kurz würde noch einer kommen, bestimmt. Glaube ich. Guckt ihr lang? Ich guck lang, ja. Bam. Läuft. So. Wie steht es bei mir so? Ach, 5 zu 5. Ja, immerhin. Immerhin. Na, 1 AK. Ja, scheiß mal auf KD. Ist das CSGO? Da brauchst du es auch nicht. Charlie, kannst du mir nachher den AWP-Skin nochmal representen? Ich hab meinen gerade verkauft. Den AWP-Skin? Ja, klar. Danke, danke. Der Rest kannst du verraten. Jo, jo. So, wo dann gehen wir? Wurde was gesagt? Ne, war irgendwie nicht. Ne. Ah, die Bombe geht A lang, ey. Kacke, Mann. Macht das nicht, Alter. Macht das nicht. B kurz, B kurz. Oder A kurz. Wurde mal. Wow. Wow. Smoke. Flashbang. Okay, die Smoke war mal voll für den Arsch. Wer immer die geworfen hat. Okay, der ist down. Ich geh, ich geh wieder kurz. Ich geh wieder kurz gucken. Wo war denn der? Mitte. Nach Mitte. Ich geh kurz. Komm. So, das gang also bei unter der T-Base. Was denn? Ich hör ihn, ja. Ich hab, ist zt. Einer ist im Team gehabt von dir gewesen. Easy, komm, oder? Schaffen wir doch. Ja. Oh, ab. Oh, ab. Oh, komm. Hat er gar nicht mal so dumm gemacht. Trotzdem gewinnen wir. Immerhin. Ah, bin doch gestorben, ey. Die schöne AK, Mann. Aber wir haben ja Geld bekommen. Wir haben ja Geld bekommen. Passt ja. Ich hab die Bombe. Mal sehen, was, was sie uns so sagen. Na, wo gehen wir? B, ja. Also einer sagt zumindest B. Komm, wir sagen, komm, dann gehen wir B. Auf geht's. B, 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 B. Stuttgart, der snipet? Ne, ja, doch. Welche Farbe bist denn du? Ich hab die Farbe orange. Orange, okay. Okay. Ah, nee. Ah, damn it. Das war blöd, halt ich. Sofort in Deckung. Gehen. Müssen. Ah, fucking AWP. Okay, nee, da geh ich nicht raus. Da geh ich nicht raus. Das ist ne AWP, Mann. Haben. Okay, Aston, okay, cool. Ich hab grad, hinter uns war grad noch einer. Bitte Bombe planten. Ja. Ah. Wow, nice. Ich hab mich grad erschreckt. Tunnels, Tunnels. Tunnels, sagt er. Nice. Super. Wow, doch. Okay. Passt schon. Wir kriegen's vielleicht doch hin. Wär auf jeden Fall nice. Kevlar. Und ab geht's. Boah, nee, die AK ist geil, ey. AK. So langsam kann ich mit der AK echt umgehen. Hashtag läuft. Hashtag, wohin gehen wir? Was schreiben sie? Keiner? Ah, short. Ah, short würde ich sagen. Okay, ah, short. Wenn keiner schreibt, dann short. Ja, Bombe muss mitkommen. Ey, Bombe muss mitkommen, Kevin. Ich bin Bombe. Ah, nee, ah, lang ist was. Guck mal, ah, lang. Oh, alter, nee, die sterben allang schon alle, ey. Ja, nicht, dass die von hinten kommen. Ein bisschen Panik. Pff, wow. Katast, Katast. Kommst du? Da war einer, Vorsicht. Vorsicht. Weg, 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 weg. Ah. Oh. Fuck, noch einer. Oh, Gott. Immerhin, einen hab ich noch bekommen. Ich auch. Ich weiß, was du noch sitzt. Ich hab ihn bekommen. Echt? No. Scheiß drauf. Okay, wer hat die Bombe? Ja, komm, B ist eigentlich immer ganz gut, eigentlich. B ist eigentlich, da haben wir immer eine ganz gute Chance. Wenn wir A gehen, ist immer oft Zerfickung. Hast du die Bombe wieder? Nee. Nee. Hauptsache, er geht einfach B. Still und leise. Hashtag läuft. Zack. Oh, Gott. Flashbang, Flashbang. Oh, Gott. Bombe ist down. Scheiße. Da ist ein MG. Ja. Da ist unten rum zu B gehen. Ich warte einfach hier. Nicht der Letzte fast. Gott. Ach, Mann, Alter. Ja. Kacker. Okay, erster, letzter. Das paar schafft er nicht. Von er hat nur eine Pistole. Ey, howdy? Ja. Wo ist die? Was? Wo ist die? Ja, ebenfalls. Kommst du aus Bayern? Nö, ich mag nur wieder sprechen. Hab mich immer gewundert. Reilly. Aua, kurzer Schlaf. Ah, komm schon, Alter. Das Ding könnten wir doch vielleicht sogar noch reißen. Ey, Mensch. Long? Okay, long. Ah, der hätte sich das Steiber kaufen müssen. Wer will, wer will eine AK? Wer will eine AK? Niemand? Ich, lass tauschen. Ja. Ja, das ist doch auch eine AK. Ja. Weil wir die Laminat haben, die blauen. Toll, ne? Alter, okay, krass. Ja, toll. Tolle Wurst. Das wird doch gar nichts, ey. Weil du nichts siehst. Ach, der scheiß Blocker, ey. Boah. Fuck. Fuck. Boah, wie kam... Okay. Jetzt haben sie uns gerade Eiskalt zernommen. Wurde grad vom Teamkameraden getötet? Ja, tatsächlich. Haben wir Geld? Ja, haben wir. Ja, komm, ne Awe. Scheiß drauf. Geld ausgegeben. Gehen wir jetzt wieder A lang? Nee, B. Bombe geht natürlich, B. Und ja, wieso hat er die fallen gelassen? Was soll das? Damit sie keiner sieht. Achso, ja, stimmt. Also, ja, stimmt. Hast recht. Oh Gott. Was? Ich hab die Hälfte der Leben verloren, Alter. Fick die Henne. Ich stand direkt neben dir. Ah, schade. Ey, durch den Smoke geschossen. Ich hab gedacht, ich kann mal kurz vorbeißen. Fuck. Die Bombe sind natürlich scheiße gelegt, ey. Voll auf dem Präsentierteller. Ich hab die Bombe, ich hab die Bombe, doll. Verzeugt damit. Kaufe den jetzt morgen, falls du in der Mitte... Ach nee, lass doch mal bleiben. Ich snapper. Nee, ich bin okay. Ich glaub, ich geh akkurz. Komm akkurz, war ganz gut bis jetzt. Nicht ja lange. Ist noch keiner zu B gelaufen. Doch, jetzt so einer. Ist klar, friss halt. Friss halt. Ich geh ab, landen. Nee, warte mal, hinter uns, oder? Ach, scheiß drauf. Ich geh planten. Mitte einer. Okay, er guckt kurz. Der Lila, ne? Okay. Oh Gott, er hat noch damit zu kämpfen, ey. Oh Gott. Bam. In den Hinterkopf. Naja, es geht, ne? 8 zu 10. Es geht so, es geht so. Fickt eingeschädelt. Wat? Fickt eingeschädelt. Was war denn jetzt, hä? What? Was geht ab, ey? Ist fu. Stfu. Hä? Stfu heißt, shut the fuck up. Ja, ja. Oh Gott. Da geht direkt die Action, Alter. Ich geh kurz. Scheiß drauf. Wer hat die Bombe? Oh, Bombe lebt noch. Nicht schlecht. Von Sniper? Nicht so aus. Long. Long car. Okay, long car. Das hab ich geschrieben, du, Bob. Oh. Oh, hinter uns ist einer. Oh, hinter dir. T-Spawn. Ja, ich bleib hier stehen. Ja, guck aufs Tor. Neben dir. Ja, ich weiß. Ich geh zum Tor. Da ist er. Ich bin der Letzte, wa? Sehr gut. Geht zu A kurz. Genau deswegen. Eine Bombe liegt lang. Deswegen. Boah. Nicht, dass jetzt einer... Wie viele leben dann noch? Und auch drei. Ja, da wird locker einer von hinten kommen, Alter. 100 Pro. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Kann ich nichts machen. Oder zumindest nicht viel. Lübsche Weltordnung. What? Was für Errungenschaftnisse gibt. Lustig. Boah. Unser Team ist auch krass drauf, Alter. Okay, wo dann gehen wir? Schaut. Auf geht. Auf geht das. Auf geht das. Ah. Ich hab ein bisschen Panik. Oha, verdammt. Ich darf in den selber reingucken, ey. Das ist immer so ein Fehler. Ist er down? Ne, schade. Lol. Okay, hab ihn. Plante. Please plant, please plant. Plante doch. Wo liegt die Bombe denn? Ach, die liegt hier. Ich plant. Geh hinter die Küste. Pistole. Oh. Das war gut, Hadi. Von wo kommt er? Von wo kommt er? In die Ecke. In welche Ecke? In die hier? Nein, nehmt noch Bombe in die Ecke. Ja, oder bleib da. Guck auf die Treppen. Okay, wenn der, wenn der Snapper kommt, bin ich am Arsch. Börste. Die Bombe kriegen sie nicht gefühlt. Nice. What? Zeit abgelaufen, glaub ich. Oder so. Ne. Die Bombe ist ja geblendet. Stimmt. Was ist los? Warum haben wir gewonnen? Ach so, der ist rausconnected. So, nur für Gegner. Du bist es.